Jetzt macht Dexter wieder nicht Boah, weißt du was? Ich hab eigentlich die Schnauze voll vor diesem Dreck hier Diese Scheiß-Technik Ach, jetzt machst du oder was, du Hurensohn, Alter? Warte Vier Folgen haben wir jetzt So Okay, von mir aus kann es losgehen Okay Gut, ich zähle jetzt nicht runter, weil ich jetzt in der Aufnahme bin Buongiorno, meine kleinen Macaronis zu einem neuen Part von Minecraft Agrarian Skies mit Velkur Hallöchen zusammen Ja Ich hab dann rechtzeitig auf Aufnahme geklickt Ah, okay Ich hab wieder so ein paar Problemchen hier gehabt Hallo Dexterie Und jetzt kann ich endlich in Ruhe weiterbauen Und ich merke gerade, ich bin glaube ich auf der richtigen Höhe Damit ich dann auch die Verkabelung hier machen kann Boah, das wäre ja mucho genial Ja, das ist die Höhe Kann ich hier nämlich noch drauf bauen Okay, dann hab ich die Höhe Sieht doch jedenfalls sehr geil aus Dann lass ich dir da deine freie Fahrt Ich gebe mal eine Quest ab Wir haben nämlich ja jetzt Achso Einmal Kill the Zombies wieder abgeschlossen Haha Yay Und wir haben It's Automatic abgeschlossen Da haben wir jetzt ja unseren Autonomous Activator, Alquias Accumulator und Vacuum Hopper Ich wette, dieses Questlog wurde nur beschrieben, um unsere Sprachkenntnisse zu testen Das glaube ich auch Und gut, dass du es machst, weil ich würde durchfallen Hast ja mich also Genau So Wir haben da vier Reward Bags Eins, zwei, drei oder vier Was ist dein Lieblingsteil davon? Jetzt sag nicht 13, dann nimm ich vier Äh, zwölf So, dann nimm die drei Nimm die zwei Okay Zwei So, wir haben ein Good Reward Bag bekommen Jetzt werde ich mal mein Inventar eben schnell leer machen, weil sonst könnte es sein, dass das gleich nicht passt oder so Okay, das wäre nicht so gut Ne, und ich habe schon wieder so vier nutzlosen Krimskrams dabei So, öffnen Und Plum Sapling Also Pflaum Ich mag keine Pflaum Komm gleich mal in unsere Grünzeugkiste In die Grünzeugkiste, okay Ja So, jetzt werde ich hier noch ein wenig weiter aufsortieren im Inventar Angel Blocks wieder auf unserer Nummer Sieben oder so Ja, ne, doch, sieben Ähm Das kommt hier herein Ähm Okay Also, ich wollte den Gravel hier nochmal ein bisschen weiter durchversieben lassen Sag mal kurz hier Und Mal gucken Dass ich hier noch ein wenig mehr bastle Ich bin jetzt auch überlegen, wie ich das hier anfangen soll mit der Brücke Ich habe nämlich keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin Oha Weil Das ist dann der Fantasiefreien Lauf Das sowieso Nur Ich habe keine Ahnung, wie genau ich das jetzt anfangen soll Weil Wenn ich jetzt erstmal anfange, dann möchte ich auch alles sofort fertig machen Aber da wir nicht so viel Redstone haben, geht das nicht Ich kann ansonsten auch, ähm Den Autonomes Activator darauf trimmen, dass er das halt macht Das wäre super Und dann halt Das Gravel 7 Äh Lassen wir einfach Dust 7 Dann bekommen wir da Redstone raus Das wäre super Ja, ne Würde ich meinen Bastle ich mir doch mal ein bisschen Dust Yay Also diese Folge wird sehr spannend Ähm Weil ich jetzt die ganze Zeit nur in diesem Cobblestone stehe und Cobblestone kaputt mache Uh Das mache ich noch in unserer manuellen Maschine Einfach, weil ich hier dann nicht ständig Cobblestone aufbauen muss und wieder abreißen Genau Hat schon seine Vorteile Oh yeah Hast du denn einen spannenden Beitrag jetzt momentan, wenn du baust und ich hier abbaue? Auf die Schnelle fällt mir eigentlich gar nichts ein, weil ich jetzt wieder voll konzentriert bin Ähm Ein spannender Beitrag Ja, hast du nichts? Ähm Ich bin da noch überlegen, ich könnte höchstens darüber labern, was wir noch so geplant hätten Ähm Ich meine, du bist jetzt so ein etwas begabter Baukünstler Ja Ich will es meinen und ich hoffe auch nicht, dass du runterfliegst oder so, oder? Nein, das werde ich schon nicht Gut Ähm Ja, dann würde ich meinen, dass wir auf jeden Fall mal die Brücke zu Ende beleuchten Im Laufe der Erfolgen Ähm Da lassen wir uns dann noch was Fieses, Gemeines einfallen Oh ja Dass da jede Menge Leute Krippchen Sterben Ohne unsere Schuld natürlich Ich meine, es ist aber schuld, wenn die über dunkle Brücken gehen Ja Das ist Risiko, ne? Also Risiko Beherbergt Gefahren Und noch fünf mehr Fragezeichen Jetzt muss ich mal kurz schauen Ähm, wir haben da Sonst wird der Part zu knapp Genau So So, ich muss mal kurz nach oben kommen, was nachschauen Weil wenn wir diese, ähm, ähm, Herzensgüte Eigenschaft unserer Brücke umsetzen Ja Müsst du das natürlich so bauen, damit dann auch die Beleuchtung hinhaut Das wäre natürlich cool Also, da ich ja die Beleuchtung dann als Zaun, sag ich jetzt mal, hier basteln werde Muss natürlich da, wo die Fackeln sind, jetzt erstmal das weggerissen werden unten Also kommt Äußersten männlicher Charme haben sie auch wieder geschafft Wir haben jetzt genügend Zeit, um unseren Part voll zu bekommen Uh Ich möchte gar nicht wissen, was du gemacht hast Dafür Wollen wir mal kurz schauen Das war jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs So, die beiden hier, also die ersten Fackeln, die ich jetzt hier mal kurz platzieren werde Da drunter kann ich problemlos alles basteln Danach können wir unsere Vorrichtungen bauen Weil bis zur nächsten Fackel, warte mal Das wären dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ich mache jetzt hier mal eine Linie aus Fackeln Also, wenn ich das höre, es klingt auf jeden Fall spannend Ich glaube, ich gucke mir das gleich mal an, was du da tust Zwischen den beiden Fackellinien, da können wir die Vorrichtungen platzieren Ich würde sagen, die Brücke von uns zu Anna und Jenny rüber Die werden wir mit deiner Beleuchtungstaktik machen Ja Und dann zur Mitte werden wir uns etwas noch Fieseres ausdenken Ich dachte, wir wären jetzt schon bei dem Fiesen Ja, das kommt ja noch, also Aber wir machen das doppelt Einmal bei uns und bei den anderen beiden Stimmt Einmal hier so direkt zur Mitte Und einmal zu Anna und Jenny machen wir Bias mit Beleuchtungen an Richtig Aber das, das wird schön Ja, ich freue mich jetzt schon drauf Es ist herzensnah So, ich lasse jetzt gerade mal zwei Steaks Graveler durch den Autonomer Sekterator Ich jage gerade mal zwei Stullen durch meinen Magen Oh, lecker Ja, nom 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 und so So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen Cobblestone nachschmeißen in Crucible Das kann ich nämlich noch nicht automatisieren Jetzt haben wir, glaube ich, zu wenig Diamanten Warte mal Theoretisch könnte ich noch einen Diamanten hergucken Ja, wir haben zwei Diamanten und zwei Emeralds Sehr schön Also Theoretisch, wenn ich noch mehr Invar herstelle Könnten wir sogar noch ein autonomes Activator basteln Womit dann der Oxid noch schneller läuft Da lasst du mich aber überraschen Ja Ich mich auch Toll Das ist doch mal nach oben hechten, um noch mal was zu holen Ich brauche noch ein paar Schleppis Oh Oh Oh, gern bei dem Iron Modest Ich liebe dieses Geruckel Ruckel, ruckel, ruckel Willst du das? Nö Oh, schade Nicht wirklich So Das reicht auf jeden Fall Voll geil, wenn man so schnell unten ist Macht voll Spaß, ne? Ja Könnte man sich eine komplette Folge lang nur da drauf stellen Könnte man so als Special-Folge machen Kann man sowas eigentlich auch im normalen Minecraft bauen? Im normalen weiß ich gar nicht Also du meinst wahrscheinlich Vanilla, ne? Ja Nein Shit Das ist der sogenannte Mod Open Blocks Ah, okay Mal gucken, ob ich den installiert kriege Ich bin aber beim Installieren von Mods immer sehr bedabbert Gut Nein, schlecht Ich tue mich mit sowas immer sehr schwer, weil es einfach gemein ist Sieht sehr schön aus hier, was du tust Ja, das mache ich extra, damit das Redstone-Signal nicht unterbrochen wird Weil ganze Blöcke unterbrechen immer das Signal Und halbe machen das nicht Ganz genau So kann man dann nämlich So kann ich dann nämlich außen die Leitungen legen Was ich da noch verkleiden wäre, damit da niemand auf die Idee kommt, mal irgendwas reinzuschießen Bei den ganzen Mods, die da drin sind, weiß man ja nie, bei den ganzen Affen, die hier mitspielen Kommt schon mal vor Ja Dann kommt Wenn das weiter durchjagt und unten das schmilzt Baue ich noch mehr Cobblestone ab Also Gravel und so Mache ich nämlich einen kompletten Stack Gravel voll und werde den mal zu Dust verarbeiten So tue er dies Ich weiß gar nicht, du bist wegen deiner Arbeit dann die nächsten zwei Aufnahmetermine nicht da Und der dritte dann wieder Richtig, also Gut, dann heißt das Ah, okay, dann heißt das, ich habe vier Stunden Zeit, um noch mehr Materialien zu sammeln Uh Das ist gut Ja, du kannst dich dann Keine Armee aufbauen Du kannst dich dann richtig schön austoben hier TNT Okay Klingt gut Ja, ne Ach, die Zeit vergeht Das muss ich hier mit Schlabels arbeiten, weil ich zu faul bin, mir noch Cobblestone zu holen Oh Ja, ich bin ein ganz fauler, raffinierter Hund Und wie ich Tobi kenne, wird er mir um 14 Minuten, also wenn unser Part 14 Minuten lang ist, sagen So, alle runter vom TS, äh, vom Server Ja, TS kann er gerne haben, aber nicht Server Nein, falsch gesetzt Wichser Falsches Item Yeah Und vielleicht, vielleicht, liebe Zuschauer, seht ihr dann einmal noch Einmal, ein letztes Mal den Titelbildschirm, während wir uns ausloggen und die Folge beenden Uh, wieso denn das auf einmal? Naja, kommt immer darauf an, ob Tobi den Server dann schließt Achso, okay, ja, man ist nie so genau Ja, ne? Man munkelt Man munkelt? Was munkelt man denn? Ja, ich weiß nicht was, aber man munkelt Ah, okay So So, also jetzt war es gerade sehr spannend hier bei mir Was soll ich denn sagen? Ist auch nicht gerade viel besser So Ich baue mich in die Höhe mit Gravel Das ist ja wohl die Höhe Oh Haben wir gelacht Nicht wirklich Sonst reiße ich den ganzen Gravel wieder ab mit Sand? Ich reiße den ganzen Zaun hier ab mit meiner Axt Weil das Grippe muss weichen Ja, wir sind immer noch und immer noch Gott, wir sind voll Profis Natürlich Bitte nichts anderes erwarten Ja Hm So 12 Minuten 50 Yay Ich brauch nur einen Hammer Du bist Hammer Bitte erspare uns das Ich hasse dieses Lied Ach Quatsch, du liebst dieses Lied Nein, ich hasse es wie die Beulenpest Das hat doch Vorteile Nein, hat es nicht Ich meine die Beulenpest Ja, das schon, aber das andere nicht So, erstmal das hier basteln Ein klassischer Konstruktionsfeder schleicht sich bei mir wieder ein Yay Zack, zack, zack Immer diese coolen Soundeffekte Wahnsinn Ich bin schwer begeistert Das wertet die Aufnahme richtig auf Ja Das hier, das da Zapp Dann noch hier ein Also wenn ich das jetzt nicht in der Folge schaffen sollte Dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge Dann werde ich dann auf jeden Fall mal ein bisschen das machen Und da ein bisschen Redstone herkredenzen Das finde ich sehr schön Weil mit Redstone kann es dann richtig losgehen In der Zeit werde ich hier noch ein bisschen rumfudeln Fudeln? Ja, fudeln So, jetzt bin ich ja schon mal ein bisschen sicher Dann kann ich hier schon mal den ganzen Das ganze Baugerüst abruppen Oh So So, jetzt habe ich den Dust Bevor ich verhungere, esse ich mal was Das wäre nicht verkehrt Das war so lange Hey, schmeiße ich den Dust da rein So Das weg Die Fackel da hinten kann bleiben Ich muss mal kurz wieder oben gucken Immer dieses hin und her gerenne Das ist ja schlimm hier So Und jetzt in den letzten Oh Unser Palace ist voll Ja Also wir können jetzt aufhören Warte, ich komme eben nach oben Reißen noch als Gedächtnisstütze Gedächtnisstütze, die mir sowieso nicht helfen wird Hier vorne noch was ab Gönne dir Nämlich Deine Gedächtnisstütze wird einfach sein Du stellst dich hier direkt vor diesen Wunderschönen Taskbrückenbeleuchtung Tu es schnell, bevor er kommt und dir selber schließt Warte, warte, warte Ich muss hier eben Schnell J, D, G, Z, L, F, G, H, S, D, G, Z, F Schnell Warte, ich komme nach oben Gehechtet oder so Oder so ist gut Im Ruckelverfahren Ja Jo Komme ich hier zur Wand Ja, ich bin auf dem Weg Brückenbeleuchtung Brückenbeleuchtung Da würde ich mal Warte, so So Nach unten gucken Und mit diesem wunderschönen Bild Werde ich mich jetzt verabschieden Alter, ist das bescheuert Aber Das wird mir helfen Mich im nächsten Part dran zu erinnern Yay Okay Ja In dem Sinne, ne Arrivederci Meine kleine Makarone Und wir sehen uns im nächsten Part Gleich übermorgen wieder Bei Brückenbeleuchtung Ja Wiedersehen Tüdelü